Und willkommen zurück bei den Kräften von... ja, nicht Minecraft, sondern vom Dust. Wir hatten uns gerade mit Verdunstung beschäftigt und gehen weiter zur unendlichen Erde. Der Schamane erlernte die Musik der Erde. Ihre Kraft war so mächtig, dass die Männer sie begeistert nutzten, um Inseln zu erschaffen und überall um sich herum Hügel aufzutürmen. Er gab die Kraft an alle weiter, die er traf. Doch die Musik ermattete und ihre Kraft schwand. Seit diesem Tag sind alle Kräfte vergänglich. Die Kraft der Erde ermöglicht es dem Odem des Stammes, also uns quasi, wir sind der Odem, große Mengen Erde zu erzeugen. Dieser Effekt wirkt nur vorübergehend. Aber mit der Ausdehnung da oben kombiniert ergibt das ganz schön viel Haufen Dreck. Erde. Wertvolle, fruchtbare Erde. So, aber dem ganzen entgegensetzt steht das schwarze Loch. Eins geschah es, dass die Kräfte der Schöpfung so mächtig waren, dass ihre Musik die Welt betäubte, wenn sie eingesetzt wurde. Doch es erwuchs eine Stille, die so umfassend war, dass sie die Elemente selbst verschlangen. Die Kraft des Verschlingens ermöglicht es dem Odem, das Wasser, die Erde und die Lava in seiner Nähe aufzusaugen. Dieser Effekt wirkt nur vorübergehend. Hatten wir es eigentlich mal mit der Odem-Ausdehnung kombiniert? Ich weiß es gar nicht. Wäre bestimmt interessant gewesen. Mal gucken, vielleicht kommen wir noch dazu. Also das schwarze Loch, das alles verschlingt. So hatten wir die Kräfte und jetzt kommen wir noch zur Vegetation. Der Baum des Wassers Eines Tages versuchte ein Baum, eine Welle aufzuhalten, die immer größer wurde. Er verschlang sämtliches Wasser, das er aufnehmen konnte. Allerdings schwoll er dabei derartig an, dass er explodierte. Und so ist es bis heute. Der Baum des Wassers wächst auf dem Land. Im Verlauf seines Lebens saugte er sämtliches Wasser über die Wurzeln auf und explodiert dann in einer wundervollen Fortäne. Seine Samen werden daraufhin freigesetzt und der neue Baum wächst heran. Wenn es sich Feuer nähert, lässt er das in ihm gespeicherte Wasser frei und erstickt die Flammen um ihn herum. Das haben wir auch des Öfteren gesehen. Da kamen wir immer so eine lustige Welle an, die zwar das Feuer gelöscht hat, aber auch das eine oder andere Mal das Dorf überflutet. Deshalb, naja. Muss man immer gucken, wohin man die Dinger setzt. Wir haben dann einen lustigen Knallkopf, den Knallbaum. Vor langer Zeit wurde ein Baum von den Flammen bedroht. Er wollte seinen Samen noch hinausschleudern. Aber der Samen klemmte fest. Er spannte sich immer weiter an, plähte sich stetig auf und explodierte dann in einer gewaltigen Detonation. Der Knallbaum wächst an Land in der Nähe von... Öh. Der Knallbaum wächst an Land. In der Nähe von Feuer explodiert er, bildet einen mächtigen Krater und setzt seinen Samen frei, der sofort zu einem neuen Baum heranwächst. Er fürchtet den Baum des Feuers. Selbst Felsgestein und Krater können seiner Explosion nicht standhalten. Das haben wir gesehen. Mit dem können wir quasi die Felsen wieder abbauen. Felsen abbauen kann auch dieser blöde Schlagbohrer, der gerade wieder eingesetzt hat. Der könnte sich ja mal beruhigen. Sonst pflanze ich ihn in einem Baum des Feuers in seiner blöde Wohnung. Eines Tage stahl ein Baum dem Odem des Feuers von einem Vulkan. Oh, der Böswichtel. Seither rächt sich das Feuer, indem es den ganzen Baum verzehrt und nur den Samen verschont, der sofort darauf zu Keimen beginnt. Und so setzt sich der Kreislauf endlos fort. Wobei die Bäume bleiben doch an sich stehen. Die spucken doch keinen Samen aus, oder? Egal. Der Baum des Feuers wächst auf dem Land. Am Ende seines Lebens fängt er Feuer. Er lässt alles Wasser von der Umgebung verdunsten, bevor er die Vegetation in Flammen setzt. Menschen und Tier fliehen vor diesen fulminanten Flammen, die den exklusiven Baum zünden und so eine Erneuerung der Erde erzwingen. Die Korallenpflanze ist die einzige Pflanze, die den Flammen dieses Baumes widerstehen kann. Aber nur der Baum des Wassers kann ihre Kraft freisetzen. Tja, die Korallenpflanze. Ich hab das immer für Pilze gehalten, aber das waren Korallen. Okay, die auf dem Land wachsen. Alles ist gut. So, die Palmen. Auch die Palmen sind immer nett. Schönes Symbol hier. Die ersten Tiere lebten auf einer neuen Insel. Allerdings war dort nichts, außer dem Boden. Ein karger, öder Boden, auf dem die Tiere verhungerten. Als die Palmen wuchsen, blühte auch die Welt der Tiere auf und die Menschen entsiedelten sich an. Palmen wachsen auf dem nackten Boden, aber verdrängen nicht die restliche Vegetation. Sie wachsen nicht auf Fels oder Wasser und sind brennbar. Leider. Ja, Palmen kennt man. Gibt's auch RL. Deswegen keine weitere Erklärung. Die Korallenpflanze. Normalerweise würde Feuer ein Tal verwüsten, aber eine Dürrepflanze hat es geschafft, sich in der Erde zu verstecken. Dort halten ihre Wurzeln im Odem des Feuers gefangen, der sie mit einer feuerfesten Schicht überzieht. Die Korallenpflanze wächst auf dem nackten Boden, aber verdrängt nicht die restliche Vegetation. Sie wächst nicht auf Felsen oder im Wasser. Feuer wird bei Kontakt mit der Pflanze gelöscht. Ja, also das habe ich immer als diese Pilzbäume bezeichnet, aber es sind an sich Korallenpflanzen, die mit einer feuerfesten Schicht überzogen sind und so dem ganzen Feuerkrimskrams widerstehen können. Ah ja, wieder was gelernt. Und als letztes haben wir noch den Stachelwurz. Schließlich erschuf die Erde die Inseln, welche die See ihn nach und nach abtrug, bis sie ganz zu verschwinden drohten. Und so schenkte das Leben der Erde die Stachelwurz. Und so schenkte das Leben der Erde die Stachelwurz. Kommt der Satz mir komisch vor, oder ist das nur so? So schenkte das Leben der... Ach so. Das Leben schenkte der Erde die Stachelwurz. Okay. Immer diese grammatikalischen Verwirrungen. Egal. Diese Pflanze bedeckte die Inseln wie ein Tuch, das den Angriffen des Meeres gewachsen war. Doch es ist so sehr verzweigt, dass alle anderen Lebensformen zu ihrer Gefangen... ...nennen werden. Die haben eine Grammatik am Start. Der Stachelwurz wächst auf dem nackten Boden, aber verdrängt die restliche Vegetation nicht. Sie wächst nicht auf Feuer... Öh... ...Fels oder Wasser. Ne? Auf Feuer wächst sie nämlich auch nicht. Das Feuer verzerrt sie. Sie verhält Menschen und Tiere gleichermaßen auf. Ausgenommen den Zerstörer. Der einfach durch... ...sie hindurchtrampelt. Der Zerstörer? Haben wir den irgendwann mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Der kroch einen Haufen komische Viecher rum, aber wer nur was war, konnte ich jetzt nicht so wirklich entziffern. Naja, egal. Wir gehen zurück und beschäftigen uns jetzt nochmal mit dem Stamm. Und der Stamm hat natürlich, wie immer, einen Schamanen. Der sieht aus wie ein Vogel. In der Vergangenheit verfügte der Stamm über keinen Schamanen und die Männer erzählten die gleichen Geschichten immer wieder anders. Da der Odem stets mit einer Stimme sprechen sollte, wurde ein Schamane benannt. Der Schamane ist der Mittler zwischen dem Stamm und dem Odem der Welt. Der hat nie mit uns gesprochen. Der Schamane ist ein Mann oder eine Frau des Dorfes. Der Titel bringt keine Privilegien mit sich und nichts unterscheidet den Schamanen vom Rest des Stammes. Der Schamane wird nach seinem Tod sofort ersetzt. Im Dorf ist der Schamane dafür zuständig, Geschichten zu erzählen und die Musik zu entziffern. Ja, war bestimmt einer von den Hanseln, die da rumgekrochen sind. Aber was soll's. Wir haben hier noch das Dorf. Die Menschen reisten endlos. Da sie von Einsamkeit geplagt wurden, beschlossen sie, die Gegenden, die sie durchstreiften, zu bevölkern. Sie vollzogen das Ritual, um das Totem zu bauen und bauten ihre Hütten. Oder stapften sie aus der Erde, aber das ist ja egal. Ein Dorf dient zum Schutz und gilt als Ort, an dem die Menschen überleben und ihren Geschäften nachgehen können. Sobald ein Dorf errichtet ist, beginnt die Vegetation rundherum zu blühen. Ein Dorf ist vielen Bedrohungen ausgesetzt. Feuer, Flut oder tobenden Zerstörern. Komisch, die Zerstörer. Hm. Aber die Kraft können, aber die Kräfte können die Dörfer davor schützen. Manchmal kann ein Dorf sogar umziehen. Rund um das Dorf errichten die Männer Statuen, die ihr Wissen tragen, dass sie durch Erfahrungen erlangt haben. Ich dachte, es wären ihre Häuser. Oder waren diese Fahnenmasten die Statuen? Ich weiß es nicht. Mal sehen, die Kraft des Wassers. Eines Tages, so berichteten die Alten, verärgerten wir Menschen den Odem des Wassers und ein Tsunami prasselte auf uns hernieder. Im letzten Moment erkannte unsere Schamanen die Schönheit seiner Musik inmitten des Getöses. Wir spielten sie und der Tsunami verschonte das Dorf. Alle Dörfer sind der Bedrohung durch steigende Gewässer ausgesetzt und können versinken. Diese Kraft hält das Wasser eines Flusses, einer Flutwelle oder eines Tsunamis vom Dorf fern. Sie ist durch ein Relikt des Wassers zu erlangen und kann von einem Dorf zum nächsten weitergegeben werden. Ihr Schutz ist dauerhaft. Dafür sind wir auch dankbar, dass er dauerhaft ist, weil sonst wäre einiges den Fluten zum Opfer gefallen. Und das ist halt die Kraft, die immer diese lustigen Wasserwelle ruht um die Dörfer schafft. Und halt die etwas laute Musik von sich gibt. Aber egal. Die Kraft der Lava haben wir auch noch. Eines Tages, so berichteten die Alten, haben wir ein Feuer im Dorf gelöscht, ohne es zu ehren. Der Odem des Feuers nahm Anstoß daran und die großen Flammen loderten um uns herum. Inmitten der züngelnden Flammen hörte der Schamane die wundervolle Musik der Flammen. Wir spielten sie und die Flammen verschonten das Dorf. Ja, also die gleiche Technik wie beim Tsunami. Alle Dörfer können durch Flammen und Lava bedroht werden. Die Hütten verbrennen und werden von Magma begraben. Von Lava. Nicht Magma. Magma ist in der Erde. Lava ist draußen. Diese Kraft hält Feuer und Lava vom Dorf fern. Sie ist durch ein Relikt des Wissens erhältlich. Oder in ihren lokalen Einzelhandelswaren. Laden. Wie auch immer. Und kann von einem Dorf zum nächsten Weile gegeben werden. Der Schutz ist auch dauerhaft. Ja, ein lebenslanges Abo vor Lava quasi. Also ein Schutz vor Lava. Was an sich auch lustige Welle schafft. Und die Welle trocknen ja dann auch aus. Oder erstarren quasi und bilden quasi so ein Loch, in dem das Dorf dann drinnen sitzt. Auch sehr witzig. So, die Masken. Früher spielten die Stammesbeglieder mit ihren im blösten Haupt. Doch der Ton, der ihren Instrumenten entsprang, klang stets anders und schwächte die darin enthaltene Kraft. Ein Schamanen entwarf weiße Masten und plötzlich wirkte die Musik. Denn wer mit Maske spielt, ist nicht Mann, ist nicht Weib, nicht Kreis und nicht Kind, sondern der Odem des gesamten Stammes. Die Maske ist der Mittler zwischen ihrem Träger und dem gespielten Instrument. Jedes Kind erhält während des Initiationsritus eine Maske und legt sie erst mit dem Tode ab. Meine Güte, die ganze Zeit mit so einem Ding vor der Schlüssel rumrennen? Naja, wer es mag, der kann es machen. So können die Stammesleute jede Zeit auch spielen. Masken sind die einzigen gefährdeten Gegenstände, die sie auf ihre Reise mitnehmen. Wäre auch doof, weil wenn die die erst zum Tod ablegen, müssten die erst alle umbringen, damit sie die Masken mitnehmen können, aber dann ist keiner mehr da, der die Masken mitnehmen kann, weil sie alle tot sind. Ja, das ist Logik. Wir haben noch die Menschen, zu guter Letzt. Am Anfang war der Mensch zu nichts zu gebrauchen. Ach, das war nur am Anfang so. Er brannte nicht wie die Lava, aber brennen tut er schon. Er sprudelte nicht wie das Wasser, aber kotzen kann er. Baute keine Dämme, wie der Deicher. Na ja, wenn sie ganz viel auf dem Haufen stappeln, vielleicht schon. Und besaß nicht den Appetit eines Zerstörers. Also beim Heranwachsen schon. Also verlieh ihm der Odem des Lebens die Fähigkeit zu lernen und die Musik der Dinge weiterzugeben. Die Menschen wissen, wie sie in der Natur Nahrung finden. Das hoffen wir doch mal. Sie leben in Stämmen, tragen Masken und haben einen Schamanen. Die Suche nach den Alten führte sie um die Welt. Vielleicht finden sie ja ihre eigene Musik. Tja, was bedeutet das, ihre eigene Musik finden? Dass sie endlich in Friede und Harmonie leben. Wer es glaubt, wer es glaubt. Gut, damit hätten wir quasi die ganzen Stammeserinnerungen abgeschlossen. Und können uns dann in der nächsten Folge, die ihr anschließt, auf die Aufgaben freuen, die hier anstehen. Mal gucken, das wird auch noch einige Zeit einen Anspruch nehmen. Ich sage für diese Aufnahme und für diese Folge erstmal Tschüssikowski und auf Wiedersehen.